Die Kuhlen Elbstreicher, ein Jugendorchester aus Hamburg, die bereits mit Udo Lindenberg eine Platin-CD-Auszeichnung erhielten, fliegen nun auf Einladung der Chinchai-Schule nach Shanghai. Begleiten sie die Kuhlis, wie sie sich selbst nennen, auf ihrer großen Reise nach China. Ja, die Kuhlen Elbstreicher, die jetzt diesen Austausch hier mit Shanghai machen, mit der Chinchai-Schule, sind ein Orchester, was eben in pädagogischer Sicht sehr besonders arbeitet, ohne Dirigenten spielt, die Kinder geben sich gegenseitig Einsätze, die Kinder spielen auswendig, spielen ohne Noten. Und es gibt ein Patenschaftsprinzip, die Großen kümmern sich auch um die Kleineren und können helfen in Proben und können auch so immer zur Seite stehen, wenn es zum Beispiel wie auf dieser Reise jetzt Schwierigkeiten und Fragen gibt und Heimweh gibt. Und das Besondere ist einfach auch dieses soziale Gefüge der Gruppe. Und insofern wird jeder in seinem Können und seinem Alter berücksichtigt. Wir sind dadurch eine sehr bunte Gruppe und jeder kann aber mit seiner Persönlichkeit etwas dazu beitragen, dass diese Gruppe so eine wunderbare und schöne Ausstrahlung hat, wie sie eben auf der Bühne hoffentlich rüberkommen. Und das Besondere ist einfach, wie sie eben auf der Bühne hoffentlich rüberkommen. Und das Besondere ist einfach, wie sie eben auf der Bühne hoffentlich rüberkommen.